Du hast einen Stand und du darfst nicht nachgeben. Du musst flexibel sein, deine Ressourcen taktisch gut platzieren. Vielleicht kurz nachgeben und auf der anderen Seite eingehen, wenn es Hilfe nicht gibt. Aber du darfst nicht bei Kleinigkeiten den Stand verlieren, umfallen oder weg. Du musst versuchen immer zu kämpfen, ohne den Ort zu verlassen. Wenn du hinbekommst, dass der Bombsau da aufgeht, soll ich tief fallen. Nach unten gefesselt, öffnen, oben. Zack. 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 So sieht es aus. Sehr gut. Zack. 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 Schöne Musik, braucht man keine Musik. Zack, bang, tickt. Ganz locker. Dann einfach ein bisschen Pause. Und, zack, nicht denken. Weiter nix. Ne, ne, nicht mal. Wuhh. Bonsson, bonsson Genau, wenn du die Felsen würdest, öffne die Hände und dann geht es zum Faust, sehr gut. Dass ich merke, da ist die Flexibilität auch hier so viel und da ist so viel, nämlich. Ich versuche es nur so zu ziehen, dass du keinen Schritt brauchst. Aber wenn du keine Flexibilität im Schulter hast, wirst du sofort mit dem Körper nach vorne fallen. Soll nicht passieren. Super! Trema! Oh! 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 Machen! Oh, sehr gut. Ich habe einen Knall. Bis zum nächsten Mal. Und dann haben wir wirklich als Fundament auf diese Reflexe Selbstverteidigung aufzubauen, gar keine Frage. Du hast einen festen Stand, du bist sehr flexibel im Rumpf und jetzt brauchst du nur das Lernen zu bewegen. Du kannst so viel können, vielleicht körperlich sehr stark sein, aber wenn jemand ein bisschen bedrängt und du fällst hin, dann bringt das bei sich. Ja, so müssen wir auch tun, aber du weißt nicht, du magst es, warum, wo, und zack, okay, zack, zack, nach vorne. Idealerweise würde man natürlich, wenn es nicht einschwingen, ein bisschen dran zu bleiben, um, oh, das, komm mal, nach vorne. Möglichst wenig nach hinten, viel nach vorne. Denkt an eurem Telefon, Stand ist da, flexibilisiert, wo, und dann, wo, zack, zack. 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 Untertitelung des ZDF, 2020